Es ist Zeit zu sterben. Ja, Leute, hier ist schon ein bisschen sehr gruselig. Ich habe gedacht, es wird eine lustige Halloween-Party. Aber Halloween ist doch nicht lustig. Oh, weite, was ist mit dir? Halloween muss immer lustig sein. Die Omega weiß, dass ich bin ein bisschen schreckhaft. Und vor allem der ganze Nebel hier, das nervt vielleicht. Ich traue mich gar nicht schauen. Ich habe Angst, Herbert, kannst du mich beschützen? Ja, das ist wirklich nicht der passende Augenblick. Die Augenblick, die solche Nebel rein. Ja, Herbert, sei nicht so kindisch. Hier ist es ein lustiger Halloween-Abend. Da müssen wir schon ein bisschen großfliegen sein. Ich finde es ja ganz spannend. Geh mir mal in das Haus hinein, würde ich sagen. Der Stefan erwartet uns sicher drinnen. Was war denn das? Was war das? Komm, Whitey, komm, wir müssen helfen. Wir müssen helfen, Whitey. Ich will doch nicht rein. Nein, bitte. Nein, komm, hinter mir. Ja, Herbert, auf ins Gefecht, komm. Ja, ich will. Du bleibst schön hinter mir. Nein. Aber, Inge, komm, hopp. Ja, du musst mich beschützen, bitte. Mit meinem Leben, Inge. Ja, ich bleibe heute nicht aus. Claudia, um Gott, ich will Stefan, ich muss... Hey, Halloween. Hilfe. tan. Ich will heute unter Ihnen vaccine feuerschengen.